Im heutigen Video geht es um die nächste Briefmarken-Series von der USPS. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop ganz genau an. Und ich habe auf jeden Fall eine Ankündigung für dich da draußen mit dabei, die du heute Abend auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Willkommen an Bord, ich bin's dein, Captain, dein VBOG und heute mit den wichtigsten VB-News und Updates, die du wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnappen gar nicht lange rum und starten direkt rein mit den ersten News. Und die erste News ist erstmal ein kurzer Hinweis, wie auch schon in den letzten Videos. Und zwar werde ich nämlich heute Abend um 19.30 Uhr mit dem guten Chris Vivi reisen, dem Patrick aka Nightrider Energy und der guten Vivi Fox zu Gast sein bei dem guten Vivi-Versum zusammen bei einem Stammtisch, wo wir einfach deine Fragen da draußen beantworten werden. Wir werden über die Season 5 quatschen, was wir dort alles erwarten könnten theoretisch und was so auch generell an Jobs kommen könnte oder auch an Lizenzen. Wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, komm auf jeden Fall sehr gerne um 19.30 Uhr beim guten Vivi-Versum vorbei. Und ansonsten, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt würde ich sagen, starten wir bei den richtigen News rein. Ja, an Beginn tun wir hier auf jeden Fall auch wieder mit einem kurzen Hinweis, denn es gibt nämlich ein Update. Ich habe das Ganze hier falsch geschrieben, natürlich. Ich habe hier Upgrade geschrieben. Es ist aber ein Update verfügbar für iOS wie auch Android. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein Update war, was vor dem Drop gebracht wurde, von dem Miles Morales Drop, weil da einfach irgendwelche Anti-Bots-Software hinzugefügt wurde, dass einfach die Bots es deutlich schwieriger haben im Drop. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall hier nur ein kurzer Hinweis für euch. Und als erste Jobankündigung haben wir den Wolverine Comic Hashtag 66 mit dabei aus dem Jahr 2003. Und das ganze Comic wird heute um 17 Uhr deutscher Zeit am Freitag droppen. Und das sind hier insgesamt einmal die Cover. Wir haben hier tatsächlich, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, keine Exklusiv-Cover an dieser Stelle mit dabei. Wir haben nur diese fünf normalen Cover und eine Aufteilung hier wie immer von 20.000 Editions. Insgesamt sieben Gems ist der Listenpreis und das sind auf jeden Fall die Daten zu dem Comic. Was ich jetzt gerade vergessen habe zu erwähnen, wir haben hier natürlich die First Appearance of the Old Man Logan. Und das ist eine mögliche interessante First Appearance an dieser Stelle. Das Comic selbst ist aber auch nicht gerade teuer. Also hier bei GoCollect kriegt man das Ganze bei einer 9.6 für 130 Dollar. Das ist nicht gerade viel im Vergleich zu vielen, vielen anderen Comics. Aber hier auf jeden Fall, wer auf First Appearance aus ist, der kann das Comic hier definitiv mitnehmen. Aber ich gehe davon aus, dass man es deutlich günstiger später auf dem Secondary-Markt kaufen kann. Der nächste Briefmarken-Job der USPS steht außerdem vor der Tür. Und das Ganze wird am Samstag, dem 15. Oktober, um 17. deutscher Zeit sein. Und dementsprechend tatsächlich auch das erste Collectible in Season 5 sein. Denn ab 15. Oktober ist nämlich Season Wechsel, ab dort ist nämlich dann die Season 5 angebrochen. Das heißt, wir haben dann tatsächlich wie wie auch zwei Jahre, beziehungsweise genau heute, ist tatsächlich der erste Drop gewesen. Und zwar nämlich aus der Season 1 und dementsprechend am Morgen ist Season 5 angesagt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir auf jeden Fall noch so alles in Season 5 sehen werden. Aber um kurz zurück hier auf das Collectible zu kommen, wir werden insgesamt sechs Collectibles sehen. Im Blindbox-Format natürlich wie immer. Und ich gehe tatsächlich davon aus, weil nämlich auch David Yu etwas sehr Interessantes hier dazu geschrieben hat. You will need to work out the surprise in this one. Und hier mit diesen Lautsprechern. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir zu diesen Stamps auch Musik sehen werden. Was an dieser Stelle tatsächlich die ersten Briefmarken mit Musik wären. Also an dieser Stelle eine wahrscheinlich recht interessante Kombination. Aber man kann das natürlich digital so umsetzen. Also warum sollte man das nicht so machen? Du kannst mir aber natürlich sehr gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare schreiben, was du zu diesem ganzen Thema hältst und ob du den ganzen Job mitnimmst. Wenn du in Zukunft übrigens keine Jobankündigung verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal. Denn so verpasst du definitiv keine Jobankündigung. Und du wirst rechtzeitig informiert, sobald das nächste Video von mir draußen ist. Wenn dir das ganze Video bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und jetzt würde ich sagen, geht es aber weiter mit den News. Und das nächste ist jetzt nichts Großes, aber auf jeden Fall etwas, wo man einfach mal wieder darüber sprechen kann, nämlich über die MetaQuest 2. Und hier haben wir zum Beispiel schon ein Game in Augmented Reality. Und ich muss einfach sagen, der sieht fantastisch aus. Und wenn man sich das vorstellt, dass man das mit vielen, vielen anderen Dingen auch machen kann in Augmented Reality. Das ist wirklich nur der Anfang. Man kann ganze Brettspiele damit spielen. Also ich muss wirklich sagen, es ist extrem beeindruckend, was wir hier alles mit Augmented Reality so langsam sehen und was auch möglich ist. Also das ist tatsächlich auch erst ein Spiel, was jetzt hier in Mixed Reality dann sozusagen möglich ist. Schreib mir doch auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare. Würdest du so etwas Digitales eigentlich dem Physischen vorziehen? Würdest du es cooler finden, zum Beispiel mit deinen Freunden ein digitales Brettspiel zu spielen, anstatt sozusagen wirklich ein physisches Brettspiel zu spielen? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Deswegen schreibt das mal unbedingt in die Kommentare. Und das war es jetzt auch schon wieder an dieser Stelle mit diesen ganz kurzen News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gibt dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in Season 5 spätestens morgen wieder. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.